So Leute, und damit ein herzliches Mal, ein letztes Mal, willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies, Pflanzen gegen Prints. Ja, ein letztes Mal kriegt ihr das jetzt vorerst zu hören, denn es geht heute in die letzte Saigonost Reiji, würden jetzt die Japaner sagen, in die letzte Etappe. Und zwar die letzten 8 Flaggen im Überleben endlos. Wir sind bei 92 angelangt. Und ab 100 ist für mich, das für mich, ja, persönlich oberste der Fahnenstange erreicht, Leute, und dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid bereit, let's go. So, Moment, ich muss wieder hier mal ein bisschen, na warte, erstmal. Erstmal musst du gucken, wie viel Sonne in die Schaue passt, okay. Stimmt, Zahl habe ich schon vorher eingetippt, so jetzt muss ich bloß gucken, welche Zahl das ist, und dann wird das gefixt gleich, und dann haben wir wieder unter die Sonne für die letzten 8 Waves. Ich denke mal, es wird nochmal ziemlich hart. Ich hoffe es einfach mal, damit die letzte Folge wenigstens schön spannend bleibt. Das wünsche ich mir und euch und allen eigentlich, kann man so sagen. Let's go! Die letzte Nacht. It's the final countdown. Ja, so ähnlich kann man sagen. So, erstmal gucken, ob irgendwo ein Kürbis wieder mal was Neues braucht. Sieht gerade nicht so aus. Heißt, da kann ich erstmal so ein bisschen gechillt da rangehen. Alles cool, nächst nicht wahr. Hier braucht ein Kürbis, ein Update und so. So, da würde ich sagen, wir schießen schon mal drauf los. Alles cool. Ballern wir mal hier ein bisschen los und so. Nein, niemand hat Bock auf Springteufel, Junge. Deswegen bleibst du mal ganz kurz chillen. So, jetzt muss ich eben mal ganz kurz hier den Wert suchen. Suchen, dat is' er. Fixen und let's go! Mit 5.940, dann werden wir jetzt ins Finale einschreiten. Die Frage ist bloß, ob das Finale geschafft wird, oder? Ist doch ein bisschen dämlich. Oder ob wir es vielleicht letztendlich doch nicht schaffen, wer weiß. Man kann es nicht sagen. Auf jeden Fall wird heute der letzte Part sein. Werde ich die 100 schaffen? Ist bloß die Frage. Das kann letztendlich mir niemand beantworten. Und nur ihr. Jetzt muss ich aber erstmal hier mal ein bisschen Ballermann und Söhne machen. Sonst laufen die da nämlich einfach mal eisgeil durch, die Ekelhaften. Ja, boom ins Face. Ja, boom ins Face, ihr Affen. Ja, ihr seid down. Ja, ihr seid behindert, Mann. Ja, geht nach Haus. Ja, nach jeder ins Haus. Was war das gerade für ein beschissener Reim? Geht da mal weg, Jungs. Hallo. Feuer frei. Ja, sie ist jetzt im Abschluss freigegeben. So sieht's aus. Boom ins Face. Lang, lang, ganz viel Geld. Was wir alles nicht mehr brauchen, weil wir haben auch Maximum Money. Und heute ist wirklich der letzte Etappe. Dann werden wir noch schön die Pflanzen pflegen. Das werde ich heute natürlich nicht vergessen. Ich werde mich davor hüten. Ansonsten kommt ja alle... Boah, ich wollte das Singkirchen. Ey, wie Spaß. Ja, ihr bitte explodiert hier keiner. Ja. Öh, je. So, erstmal die ausgeschaltet. Hier erstmal neue Kürbisse raufgepflanzt. Schön aufpassen. Die Delfine dürfen uns in den letzten Runden hier nicht zerstören, Leute. Denn wir haben gute Aussichten, das zu schaffen. Sagen wir's mal so. Das sieht eigentlich doch ganz manierlich aus, muss man sagen. Also, sagen wir mal so. Es könnte schlimmer aussehen. Betrachten wir's mal so. Ich glaube, so ist es... Alter. Die leben ja noch. Sollte so ein bisschen behindert im Kopf. Ja, guck mal hier. Ja, lecker Matsch, Kürbis. So ein Gursch. Kürbis. Im Arsch, ihr Gesichter. Oh mein Gott. Holy shit. Erstmal eine Erneuerung, eine Erfrischung. Pflanzen und dann hier eben mal den machen und eben mal den machen. Kürbisse werden erstmal ein wenig stiefmütterlich verhandelt. Und dann warten wir erstmal, bis die ganzen dicken Klumpen angelaufen kommen. Damit ich auch wirklich möglichst viel treffe hier. Na, die Football-Mongos können mir im Idealfall eh nix von nachher scheiß ich da drauf. Ja, jetzt kommen die Dicken an. Ja, nee, Sport. Oh, erstmal friezen, weil wir können einen neuen Pilz pflanzen, ne? Ich glaube, das hat schon viel Sinn dahinter. Und jetzt können wir auch mal drauf losballern, weil da ist schon wieder so ein dicker Klumpen am Knüppeln da unten. Da habe ich tatsächlich nicht so viel Bock drauf, wenn ich das so ehrlich formulieren darf. Boom. Und, ja, da unten auch mal. Boom. Okay, gut. Gut aufgeräumt, gut geflärt. So, jetzt kommen natürlich erstmal die ganzen kleinen Viecher hier. Das ist okay. Solange nur die kleinen kommen, ist halt okay. Das schaffen die auch so. Ja, da unten sprengt sich. Nein, fuck you. Oh, nein. Nein, wieso jetzt? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, in der letzten Folge passiert so und so paar. Ich meine, gut, früher oder später musste mal einer in der Mittelreihe explodieren, aber musste es dann gerade jetzt sein? Und jetzt ist alles weggeknuspert da unten. Nein, scheiße. Ihn ist gut. Schießt die ab, die Ekelhaften. Nein, verfickte Kacke. Wie kommt das denn zustande? Ihr könnt mich doch einfach mal lecken. Hier, lecker, lecker Kürbis für euch. Oh, ich muss dringend Pilze nachpflanzen. Hoffentlich kommen jetzt nicht mehr so viele dicke Klumpen. Oh, ich muss mich saven. Oh, nein, 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 nein. Fuck you. Die knuspern den da gleich auf. Das darf mir nicht passieren. Oh, das war übel. Das war bitter. Ein bisschen behindert obendrein auch. Gut, Tomaten sind jetzt hier, um ein bisschen zu clearen. Schnell mal einen neuen Eispilz pflanzen. Oh, das war ein harter Treffer. Die ganze Delfinverteidigung rutscht zusammen. Und wenn die jetzt wirklich bis zu den Maiskononen kommen sollten, sehe ich für die ganzen dicken Klumpen auch echt schwarz. Das könnte ganz böse nach hinten losgehen. Ich muss erstmal ganz schnell wieder hier erstmal wenigstens wieder ein bisschen, ja, irgendwie Grundbedürfnisse herstellen, damit ich vielleicht möglichst wenig dann in der nächsten Runde brauche. Vielleicht, dass ich die Seelblatt zu Hause lasse oder so. Erstmal auch mal hier einen Fake-Kürbis drum pflanzen. Vielleicht eine ganz gute Idee. Und direkt erstmal nach vorne ballern. Nebenbei mal... Nein, ihr klaut mir... Hahaha, du Arschloch. Klaut er mir so einen Stachelkraut. Du bist ja ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Und ein Assiga noch dazu. So, jetzt ist da vorne cool. Jetzt können wir wieder... Komm, jetzt hebe ich mir auf hier. Brauchst du einen anderen Kürbis? Du brauchst einen Kürbis, okay. Gut, Leute, das könnte jetzt ein bisschen heavier werden. Baller dich mal erstmal ab hier. Weil die haben zwar alle ihre Dingens gezogen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass sie gleich abkratzen werden. Ja, ist das die jetzt ja auch nicht mehr hart auf die Fresse kriegen hier. Und demzufolge ich die... Die, die, die... Die zweite Line von unten hier... Oh, ziemlich in Gefahr ist. Okay, okay. Ach, du Scheiße. Buddelzombies, dicke Klumpen. Aber keine Zombonis weiterhin. Aber wieder... Pinguine. Wenigstens... Ach, ne. Die Leierkasten-Zombies sind auch wieder da. Und auch wieder Bungee-Zombies. Nein. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Gechillt ist Scheiße. Ich schaff das. Ich krieg das jetzt hin. Wir kriegen die letzten sechs Waves auch noch rum, Leute. Wird heute ein bisschen extra Large Episode. Danach will ich noch ein bisschen zocken mit der Asuka und so, ne. Die schönen neuen Konsolen, die da sind. Ich weiß nicht, ob die nächsten schon Let's Plays von losgaben werden. Aktuell möchte ich es ja erstmal privat für mich genießen. Ich hoffe, es ist mir irgendwo zu verzeihen an der Stelle. Ja, ich muss es so machen. Kein den und kein den hier. Oh, das wird lustig. Und ich brauche wahrscheinlich einen extremen Pensum an Kürbissen, wenn ich die Gegner hier sehe. Okay, Leute. Ready for Taka off. Erstmal ganz schnell. Wenigstens ansatzweise. Irgendwas hierhin, was... Was abwehrt. Irgendwas, was schießt. That's important. So, damit die Reihe hier unten, weil sie ja erstmal geschwächt ist, nicht ganz so anfällig ist. Vielleicht hier mal ein bisschen extra Damage hinpflanzen und so. Damit das Ganze fruchtet. Die werden wir ein bisschen schnellstmöglich aufholen, was die Verteidigung angeht. Jetzt auch mal, wenn ich mal zu Fäben hier mal einen richtigen Kürbis rumpflanzen. Das war ein leicht dämlicher Fehler, kann das sein. Nein, ihr könntet er einfach mal sein lassen. Komm, puste. Okay, der darf da unten jetzt nicht kaputt gehen, der Kürbis. Der hat dafür ja mal richtig Fehler. Da kann ich mich ja gleich wieder eintüten lassen, ne. So, was ist denn? Jetzt müssen wir nochmal aufladen. Jetzt, jetzt, er ist ready. Jawohl. Okay, wieder mehr Damage. Kürbis ist gleich wieder ready. Okay, sieht eigentlich gut aus. Nein, nein. Leck mich. Ich könnte nach Hause gehen. Jungs, pups die kaputt, Alter. Ja, okay. So, ein neuer Kürbis drauf. So, ich muss die Musik aufpassen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, die obere Reihe geht, wie der Stinkel ist. Können wir da auch wieder hinpflanzen schon mal. Ist irgendwie, ist irgendeine Abwehrkraft. So, dann erstmal ein bisschen Ruffballer hier. Das ist nämlich gerade aktuell ein bisschen zu viel hier. Was hier an Zombonis rumsteht, ist also an Zombies, an dicke Klumpen, an Assis. Alter, guck dir schon an, Alter, wie viele das sind. Die ganze Reihe ist voll damit. So eine Scheiße. Okay, Eispilz und den Zündigung gleich erst mal. Weil da kommen nicht gerade Delfine an und da habe ich eigentlich wenig Bock drauf. So, das hat das, Leute, geht immer noch nach. Oh Mann, oh, ein Diamond. Oh, danke schön. Wollte ich überhaupt nicht. So, hier ist wieder mal ein Kürbis-Update angesagt. Und da hinten auch. Das ist natürlich gerade, wenn der sein Dreckskili da schmeißt, ist das natürlich weniger cool. So. Oh nein, da ist schon wieder was kaputt, die Jagen. Was ist denn da los? Nein, ich kann da nichts hinpflanzen. Ich habe keine Seerose. Scheiße. Fuck you. Nee, ihr könnt mich einfach mal lecken, Alter. Ihr könnt mich einfach mal lecken hier. Was ist denn, fuck, Kürbis und Rupf. Wieso ist der Kürbis da kaputt? Oh Mann, diese Assis. Oh, die kloppen da rauf wie die Behinderten, Alter. Hallo, geht nach Hause. Geht doch mal weg da unten. Hallo. Oh, scheiße. Schnell ein Kürbis hier rum. Und hier ein... Oh, jetzt ist da oben innerweg. Wie sch... Nein, da ist auch was kaputt. Nein, 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 nein. Das läuft überhaupt nicht gut hier. Ihr könnt jetzt einfach mal langsam klieren hier. Und da oben fehlt auch ein Stachel. Oh, 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 oh. Leute, das sieht... Oh, das sieht echt böse aus. Das sieht echt richtig crappy aus gerade hier. Läuft, Nash, Gott. Oh, jetzt muss ich da auch wieder einen hin machen, ey. Jetzt wollen sie es doch mal wissen, Alter. Die letzten Waves, Leute. Die letzten... Ich mache das nicht mit Absicht spannend, übrigens. Nein, du klaust sie nicht, oder? Alter, ich wollte gerade sagen, fick dich, du Hurensohn. Nee, Alter, die Tomaten, die wecken mir auf, Alter. Hier, komm. Die Reihe. Bisschen schützen und so. Wie wichtig ist, dass da jetzt niemand Kürbis steht, die Kürbisse in... auf jeden Fall, wenn ich die Sprengkraft brauche. Oh, da haben sie mich mehrmals in der Mitte erwischt, diese Runden hier. Das ist hart. Das ist richtig hart. Nee, mein ich doch nicht. Vielleicht kann ich das mal vergessen. So, was stand denn jetzt da unten? Nee, ich glaube, hier stand ein echtes Kürbis. Oh, das ist kacke, Leute. Oh, das ist richtig kacke, sage ich euch. So. Oh, da unten ist auch schon ein Kürbis richtig angefressen. Oh, den muss ich jetzt erstmal... Nein! Fickt euch mit eurem Scheißgesprünge, Alter. Nein! Alter, wie die ausrasten. Wie die einfach ausrasten. Nein, jetzt kommen die da an und die Kürbisse sind richtig im Arsch, Alter, da unten. Oh, Leute. Das wird nochmal eine harte Runde hier. Gern mal neuen Eispilz pflanzen. Da unten ist halbwegs safe irgendwie. Hier ist gerade irgendwie gar nichts safe, halt das Gefühl. Die muss gleich mal wieder ein neues Stachelkraut hin. Also, das läuft hier gerade dezent aus dem Bruder, wenn ich das mal so formulieren darf und ich glaube, das ist noch nicht formuliert. Ich muss jetzt die Beine, die ich nicht so nochmal mitnehmen und ein Seeblatt. Das ist behindert. Das ist ziemlich asozial. Und dass ich jetzt hier Asymmetrie habe, ist auch nicht so lustig. So, 96, Leute. 6 zu 90. Die 6 zu 90 gehören uns, Alter. Das ist unglaublich, ey. Schaffen wir die Jungen noch? Ich bin gerade richtig arm. Ich kriege gerade so ein bisschen Zitterfieber hier und so. Wisst ihr Bescheid? Ja, ihr könnt einfach mal nach Hause gehen. Geht einfach mal abficken und so. Tschüssikowski. Boom, ins Gesicht. Ja, nebenbei schön noch da eine Bombe und da noch eine Bombe und so. Nebenbei müssen wir auch mal wieder einfrieren, damit wir einen neuen Eispilz machen können. So, mal gucken. Wo sind gerade Kürbisse in Gefahr? Wo kann ich was nachreichen? Ja, cool. Tatsächlich. Richtig, ehrlich gesagt, meine Symmetrie wiederherstellen. Ich will das jetzt eigentlich ein bisschen, ja, Nonsens, aber ist mir egal. Oh, oh, da oben. Die Stacheln, Alter. Ne, du plopst hier noch nicht kaputt. Goofy. Okay, Leute. Ach, das wird richtig hart. Die letzten vier Waves sind das. Die letzten vier Waves, Busner. Okay, keine Zambonis. Also, das ist schon mal super gut. Ah, Delfine wieder dabei. Keine Buddelzambis. Ah, wieder Sprengteufel. Oh, Mann, ey. Okay. Say, take no pause of me. Und, äh, ich bin eigentlich echt froh, dass ich, also, ich bin, äh, Lebensretten, dass es gerade keine Zambonis gibt hier, ehrlich gesagt. Scheiße, ich muss noch einen zu Hause lassen. Nein, was soll ich denn jetzt noch zu Hause lassen? Ich kann doch nicht noch mehr zu Hause lassen. Habe ich noch einen Eispilz für die Runde hier? Ja, habe ich noch. Was kann ich denn sonst zu Hause lassen? Eben mal Sprengkraft oder so? Nee, kann ich auch nicht machen. Die brauche ich ja. Ich muss ja die irgendwie aufwecken. Die kann ich auch nächste Runde machen. Aber, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich will jetzt dann in der Runde abgeklärt haben. Das ist ein Problem. Mit Glück muss ich den Eispilz also nicht zu Hause lassen. Was mir jetzt ziemlich gegen den Strich geht. Ich werde, ich nutze ihn eh nicht immer. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So. Ordnung, halbwegs wieder hergestellt. Hier unten nochmal ein Update gesetzt und so. Ich bleibe mal auf den Fake-Kürbis warten und so. Danke. Hoffentlich kommt der Kürbis überhaupt so weit hier auch. Gott sei Dank. Okay, da kommen sie. Jetzt kann ich feuern. Feuerfrei! So, jetzt darf kein Springteufel da mehr explodieren. Die sind ja richtig Asi. Und ich sehe schon wieder Springteufel-Zombies. Oh, Mann. Machen wir aber auch mal zu schaffen. So, jetzt erstmal gucken, ob hier hinten einer braucht. Da mal ein bisschen und so, ne. Sollte man vielleicht doch ab und an mal aufpassen. Sollte ich mal erstmal den hier, den hier. Und da helfe ich mal ein bisschen. Ich müsste aber nie wirklich geschafft haben, mir die mal kaputt zu machen da und so. Nein, haut ab. Perfekt. Oh, oh. Na, was nicht klickt. Sorry. Boom. Die gehen immer nur da oben. Efftisch, Mann. Schnellt so gut. Efftisch, Mann. So, hinten ist ziemlich safe gerade. Ich warte bis auf Survive auf jeden Fall. Oh, die Delfine, Alter. Komm, komm. Oh, frische Pflanzen, Kürbisse halt ein bisschen silbert aus hier. Was ich mit den Springteufeln. Das war echt ein harter, herrer Schlag, muss ich sagen. Die haben heute die Stacheln schon wieder kaputt gemacht, Alter. Das ist heftig. Das ist so heftig, sag ich euch. Ich vermag hier nichts, als bis zur nächsten Runde zu retten, ne. Ist euch bewusst. Oh, das ist so okay, so. So muss das sein. Das muss ein bisschen actionreicher sein. Sonst hier, dann wird ja einfach. Sonst könnte es ja auch jeder. Nee, du lässt das doch mal schön sein und kratzt da gleich mal ab. Hier, grüe. Ja, so muss das laufen, dicker Klumpen. Ja, hallo. Lass das doch mal sein, da oben. Nichts so gut. Grüe. Jeder schmeißt seinen Kitty. Finde ich Blut. Die werden wir mal ein bisschen bremsen da unten. So, jetzt schön aufbewahren. Die ganze Scheiße hier. Gucken, wo kann ich was nachpflanzen? Wo brauche ich gerade was? Wo sind Kürbisse vonnöten? Auf jeden Fall hier. In der Reihe gerade. Ein bisschen was hier und hier mal. So, mal gucken, wo ist am meisten. Hier ist nur ein Stachel. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das dahinter ziemlich gut aussieht. Ja, das ist doch nicht mal gestorben. Alter, ich will da mal dahinter kicken. Aber ich muss da bloß mal einen Stachel kriegen. Jetzt sehen wir mal eben schnell neu. Oh, da ist ja auch schon wieder bloß noch einer. Meine Ekelhafte, ey. Ihr Ekelhaften. Ihr seid da richtig krank. Leute, wir haben die 97. Flagge geschafft, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Wir haben ja noch einmal Rasenmäher. Anjaum, anjaum. So, boom, boom. Richtig guten Damage. Ja, macht Spaß bei euch, ne? Ja, ihr habt doch richtig Bock drauf, ne? Cool, wie? Boah, da oben ist auch schon wieder ein Stachel nötig, ey. Ja, kommt doch gleich rauf. Einfach, hau doch einfach rauf, Kumpel. Hau doch einfach rauf. Bist du gerade drauf, ne? Geht mal damit. Lecker, lecker und so, ne? Ich habe sich gerade verzweifelt, bis zur nächsten Wunde. Ja, genau. Oder einfach rauf und so, ne? Arschloch. Nein, fuck you. Ich rede nämlich gerade, dass da nicht steht. Und da steht auch nichts mehr, Alter. Was ist denn los hier? Ich glaube, der hinten hat. Jetzt über den Stachel hinten. Da unten ist auch nichts mehr. Muss ganz schnell schießen, und dann laufen die da durch. Nein, fick dich. Boah, das knapp, Alter. Alter, jetzt rasten sie richtig aus. Ich glaube, das ist nochmal erheblich schwieriger geworden hier gerade. Vor allem, weil ich gerade einfach mein System nicht nutzen kann. Ich werde jetzt gleich in der letzten Wave, wenn meinen Pilz zünden hier. Oh, oh, oh. Oh, Zombie-Kürbis und so. Ganz toll drauf auffassen. Warte, wenn wir dauernd sind. Ja, kann man schnell machen. Fake-Kürbis-Pflanzen. So, ich warte jetzt wieder schön, bis die letzte Wave kommt. Und so, dann haben wir nicht 98 Leute. Und dann haben wir es so gut, wie ihr es geschafft. Dann haben wir es so gut, wie ihr es geschafft, dass wir die 100 durchkriegen. Ja, das wäre so epic. Ohne Witz. Dich, dich, steil. Ja, boing, ja, nix, boing. Kannst mal nach Hause gehen. Oh, du arschgesichtiger Typ. Okay. Hier nochmal ein Kürbis-Update hier für... Toll, okay, normaler Kürbis-Send-Update. Obwohl, da muss Fake-Kürbis hier. Ja, dann nehmen wir halt... Den hier. Das ist mir loyal, Alter. Hauptsache macht er Kürbis heile. Das ist so krank, Alter. Ich rassiere richtig aus. Hab ich nicht so gut. Okay. Ich zünde. Pils. Freeze. Ich sag freeze. Ja, da stehen sie. Und haben keinen Bock mehr auf mein Brain. Ach, halt's ab. Natürlich haben sie noch Bock. Ne, ihr dicken Klumpen. Habt ihr richtig Bock, ne? Bist du mal doch. Hier, guck mal da. Last-Life-Boni, sag ich euch. Hier, guck mal da. Ich hab euch noch was zu schenken. Witzschöner. Und seid down, sag ich euch. Hier nochmal schön Fake-Kürbis. Geil. Okay. Leute, die letzten zwei Flaggen sind das. Die letzten zwei Flaggen. Und wir kriegen keine zum Bonis. Dafür kriegen wir wieder Delfine. Und auch Buddel-Zombies. Ja, und der Rest ist harmlos. Bust auf die ganz dicken Klumpen, ne? Die sind nochmal ein bisschen heavier. Aber ansonsten. Ich sehe das, als ihr schafft an. Aktuell. Aber man will den Tag nicht vom Abend loben. Naja, kriegt man wieder spätgesichtige Nachteile, ne? Wer hoch... Ne, wer... Wie heißt das so schön? Hochmut kommt vor, in dem Fall. Das passt, glaube ich, ganz gut zu der Situation. So, erstmal schnell einen Eispilz nachladen. So, den können wir auch gleich mal laden und so. Damit die ganzen Delfine erstmal ihre Schnauze halten, wenn sie da sind. Ja, schön langsam kauen. Schön langsam kauen. Damit ich meine Kürbis noch möglichst lange überhalten kann. Und mich auf andere Gefahrenherde hier konzentrieren kann. Am Arbeitsplatz wäre zum Beispiel die plötzliche Apokalypse der Ultra-Giga-Zombies, die da gerade einläuft. Alter, das ist ja mal wieder mal ein richtiger Zug. Die machen die Bevölkerung aber nochmal das Gefühl. Und das ausrechnen durch meinen Garten. Also, ich glaube, ich bin Vermieter, also von der Mitte draußen gekauft hat. Wie möglich, aber erstmal die anischen Brief schreiben. Das könnte aber wissen. So, nebenbei wird auch mal hier was gezündet und so. Ein bisschen zündige Reichen und so, ne? Das muss auch mal sein hier. Uh, uh, wie, gab's. Ja, läuft aber auch nicht, ne? Das war richtig gut, ne? So, wir müssen halt gucken hier. Ich kann noch mal was gegen die dicken Plummen hier machen. Die einfach mal gerade durchrennen wollen, habe ich so das Gefühl. Boom. Da oben stehen die immer noch, Alter. Das ist so heftig, ne? Ja, schließe ich einfach nochmal. Alter, man sieht nichts mehr von dicke Plummen, Alter. Halten die mehr aus, sind die schneller geworden? Was ist mit euch los? Ja, das sind einfach nur mehr. Mehr, mehr sind das hier. Saat euch. Jetzt sind mehr, mehr. Ich werd die nicht mal los, Alter. Das werden immer mehr. Ihr könnt doch mal einfach nach Hause gehen. Tschüss. Da oben halte ich mal ein bisschen auf und so. Nebenbei hinten, da passiert nicht viel. Nebenbei, ja. Ja, genau. Springt auch noch mehr los, Alter. Hier. Eisblümchen und so. So, Leute. Gleich 99. Flagge, Alter. Wir haben's gleich schafft. It's the final countdown. Leck, ich muss bestimmt erstmal Gamer-Content hier. Für meinen super originalgetreuen Gesang und so. Wie du musst. So, da oben. Der Buben noch ein Pflänzchen. Oh, epic. Grüß Gott. Tschüss, Mann. Hau ab. So, wo ist wieder mal Kack am Dampfen? Oh, da ist Kack am Dampfen. Auf jeden, ey. Richtig übel. Deswegen ganz schnell nachladen, Alter. Leute, wir schaffen es nicht. Wir schaffen 100. Das ist ein Anbeliebebild, ey. Ich sag's euch. Ja, hi. Hi. Ja, das sieht nachher mal richtig geschafft aus und so. Das ist aber mal richtig geschafft hier. Boom. Abgeballert. Ja, dann noch mal Eispilze und dann noch mal Eibon, Leute. Warte hier noch 10 Maiskürbisse und dann wartet. Nee, ist ja noch die letzte Wave. War klar, ich war da. Ist ja gerade mal der Anfang. Oh, das war vielleicht unüberlegt. Nee, ist okay. Ging gerade so gut. Jetzt habe ich mir auch nicht mehr auf Lager. Weder Eispilz oder Explosionen noch Pramisch, ne? Ist gut, ne? Da unten könnte ich dezent zu knusper Anfällen kommen bei Zombies. Äh, flop, 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 flop. Ey, ich hab doch keinen Bock, die dafür zu verwenden, ey. Ohne Witz. Oh, oh. Sollte ich aber vielleicht dran denken, weil da oben wird gerade richtig heftig geknuspert. Nein, du sollst doch nach vorne springen. Oh, oh, da unten hoch. Ey, geht nicht anders. Ich muss gerade einen Kolben verballern. Ich geb mir aber zwei auf für dicke Klumpen und so. Weil ich davon aussehe, die kommen ja wieder. Oh, da oben ist auch schon wieder nach oben. Und da oben hoch, oh, oh, oh. Oh, jetzt hagelt es gerade ja. Damage an allen Ecken und Enden. Jo, Hashtag läuft. Naja, das ist hier vorne ganz wichtig. Da hinten. Naja, komm, da kann mir nicht mehr viel passieren. Letzte Flagge, Leute. Oh mein Gott. Das ist die letzte Flagge des Let's Plays. Definitiv. Weiter mach ich nicht mehr. Weiter reichen noch meine Nerven, glaube ich, gar nicht mehr. So, jetzt würde ich einfach mal sagen. Feuer 1. Feuer 2. Und dann, Leute. Sehen wir gleich, wie da eine gewisse Zahl aufploppt. Cool, wie. Brains in's face. So, hier hinten nochmal schön updaten und so. Und dann, Leute. Ich sag euch was. Wir haben es gediddelt. Wir kommen jetzt nochmal richtig schön zu. Asche zerstaubt. Boom. 100 Flaggen sind gediddelt. Und es ist tatsächlich zwar ein bestimmten Ausweg in baldiger Sicht. Gerade, oh, jetzt. Jetzt kommen auch noch die normal dicken Klumpen dazu. Geil. Aber keine Springteufelsummis. Zerl, Leute. Damit habe ich mein Versprechen eingehalten. Das geht bis Folge 72. Ich mache noch bis Flagge 100. Weiter wäre ich jetzt wahrscheinlich noch gekommen. Ein bisschen hätte ich noch durchgehalten. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich Lust. Wir haben nochmal richtig gut Pflanzen gesammelt. Guckt euch das an. 2, 10, 11. 11 Stück, Alter. Richtig übel. So. Und natürlich am Ende des Displays ist es ja gebührend, dass ich jetzt mein Fazit zum Spiel gebe. Ich finde Pflanzen gegen Zombies ist ein ziemlich cooles Spiel. Und ich muss sagen, ich werde auch bestimmt nochmal den zweiten Teil des Displays machen. Weil ich denke, das ist nochmal eine Ecke schwerer habe ich dafür. Das ist nochmal echt ein ganzer Ecke haariger, muss ich sagen. Aber auch leider ein bisschen Pay-to-win-lastig. Und man kann halt gerne einige Pflanzen, die man auch von früher kennt und so die Welt da nicht kriegen können, weil sie da halt Geld kosten. Und ja, nee. Ich habe eigentlich nicht so Lust, mir die Pflanzen da zu kaufen. Nur um es euch zu zeigen. Das tut mir leid. Vielleicht gibt es irgendwie Let's Plays von Leuten, die sagen, ja, ich habe hier noch Kohle, um so einen Scheiß zu kaufen. Mir dann dafür 30, 40 Euro alle Pflanzen zu kaufen. Mir persönlich ist das zu viel. Ich würde da irgendwie lieber das Geld gerne ingame fahren und das über umständliche ingame Wege kriegen können. Geht aber bei manchen Sachen nicht, was ich gerade jetzt ziemlich unfair finde. Ansonsten, auf Lanzigen Zombies 1 ist ein super Spiel. Hat mich schon sehr oft durch schwere Zeiten auch begleitet. Einfach ein Spiel, was mir auch sehr viel Spaß macht, was man immer auch mal von zwischendurch mal so zücken kann. Und es macht auch immer wieder Laune irgendwie. Gut, als Zuschauer ist es jetzt vielleicht nicht ganz so spannend an manchen Ecken, was macht halt einfach Spaß. Es ist einfach ein schönes Spiel. Mittlerweile gibt es die Game of Year Edition. Da kann man dann irgendwie sich ein Zombie-Armata machen und so. Ich habe dann bei anderen Leuten definitiv so gewisse Dinge gesehen. Da dachte ich mir so, das ist eigentlich ganz lustiger als Easter Egg und so. Aber ich habe ja erzählt, dass ich hier eine ältere Version habe, wo das halt nicht mit integriert war. Deswegen konnte ich euch leider keinen Zombie-Kai bieten. Aber ich bin ja sowieso der Zombie, der Gamer-Zombie hier schlechthin. So, genug Dünger ist für alle vorhanden. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Nummer 1 ist eine Hagelzuckerabse. Haben wir schon. Na gut, warum nicht? Doppelte Pflanzen halten besser. Dann haben wir hier einen Magnetpilz. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Das ist ein neues Pflänzchen und sogar ein Nachtpflänzchen. Dann kommen wir her hier. Ich lad dich mal ein und lad dich mal in dein Neue daheim. So, haben wir noch ein Pflänzchen neu. Das ist schön. So, wir sagen, zack. Dann haben wir hier ein Sternchen. Der ist auch definitiv neu. Habe ich noch nicht. Dann haben wir hier eine Maiskanone. Haben wir leider schon. Dann haben wir hier. Zack. Oh, ein Zunder. Als Pärnenherr. Haben wir auch noch nicht. Hier ein Seerosenblatt habe ich bestimmt auch schon. Ja, doppelt, dreifach und so. Von daher auch nichts Neues. Ich verkaufe schon mal die Doppelten hier. Ja, ne. Das hebe ich mir noch auf. Das hebe ich mir noch auf. So, da hier. Ein Sonnenpilz. Einfach mal eingeladen und rüber erfahren. Haben wir zwar auch schon. Aber egal. Wir füllen jetzt unseren Garten einfach ein bisschen. Das ist egal, ob wir das schon haben oder nicht. Wir füllen es jetzt einfach mal ein. Eine Walnuss. Haben wir auch noch nicht. Geil. Ein Stern. Einen zweiten. Ja, okay. Gut. Und noch ein Sonnenpilz. Ja, gut. Da haben wir ordentlich Ausbeute gemacht. Und nochmal richtig schön Pflänzchen gesammelt und so. Letztlich haben wir auch einen gedoppelt hier. Drei Sonnenpilze. Ist jetzt schon ganz schön heftig. Muss ich mal so sagen. Da hätte ich andere Sachen lieber gehabt und so, ne. Gut, Leute. Aber jetzt soll ich letztendlich sagen. Eben, es fehlt noch. Oh, ein Eispilz. Cool, den habe ich auch noch nicht. Ja, cool. Epic. Ein Eispilz. Ein Eispilz. Ah, da haben wir richtig schön da mal gesnackt und gesammelt. Und ja, mein Fazit ist, glaube ich, ziemlich klar hier. Ihr könnt das in Baume machen, aber da habe ich jetzt echt keine Lust mehr drauf, Leute. Ich denke ganz ehrlich, das ist... Ja, irgendwann mit Stufe 100 gibt einem den nächsten Tipp und so. Und ab weiter habe ich auch privat noch nie gemacht, weil ich das auch irgendwie für unnötig finde. Weil er hat uns bisher auch im Verlauf irgendwie sehr viele Tipps gegeben, die wir schon kennen. Ich werde den Spielstand einfach mal so sporadisch behalten, weil ich denke mir so, vielleicht kann man das nochmal irgendwann gebrauchen. Einfach hoffe ich vergesse das nicht, beim nächsten Mal Computer umziehen oder so. Den Speicherstand mitzunehmen, das wäre nämlich sehr ärgerlich, muss ich sagen. So, haben wir gerne schon jetzt mal den Kram verkaufen, den ich jetzt doppelt habe hier. Das Seeblatt habe ich jetzt auch schon doppelt. Das können wir aber eigentlich auch mal nach drüben liefern. Komm, hier haben wir noch ein Seeblättchen für Wasser oben und so. Aber zwei davon, zwei davon. Ist da alles schnaffte, so, das habe ich auch doppelt hier. Das brauche ich leider auch nicht. Aber hey, eine Tatsache auch verneuert. Wir haben einen Stern, eine Walnuss und wir haben einen Zunderholz. Das müsste ich eigentlich optimal irgendwie vor... Das müsste ich eigentlich optimal vor irgendeinen Peashooter stellen oder so, damit sieht das wohl lohnt. So sieht das doch scheiße aus. Dann stellen wir dich hier hin und stellen dich hier hin. Haha. Voll die intelligente Konstellation. Hier kommt jeder Zombie durch irgendwann. Aber Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und für dieses Let's Play hier. Das war von meiner Seite erstmal aus. Ich hoffe, dass das Let's Play hat euch viel Spaß gemacht. Ich danke für alle, die mich bis hierher bis zum Ende begleitet haben. Also ein kleines Extra dafür an alle, die jetzt noch hier sitzen und dieses LP hier immer noch verfolgen. Trotzdem ist es ja irgendwann alle Sachen getätigt gehabt. Der zweite Abenteuer, One, hat man schon so gemerkt, dass da das allgemeine Interesse eigentlich nicht gesunken ist. Was ja auch irgendwie nachzuvollziehen ist. Aber für die, die es gerne gucken wollten und möchten, bin ich so weit bis hier hingegangen. Und sage an der Stelle unser übles Motto. Also, wir sind zum nächsten Mal wieder irgendwo im neuen Let's Play, in irgendeinem Video, in der Straße, mal um die Ecke. Und bis dann, macht's gut, haut rein. Tschüssi Koski und ciao.